B**** I wanna party like Chris Carly So, Jendor Berg meine Freunde, heute wieder ein neues Video von mir, von Man's Wizzy So, wie ihr seht, spielen wir kein COD, Snipen, Mipen oder so, weil, ich weiß nicht, nicht so im Vibe gerade drinnen Hier, der liebe Eriks am Start, Wayne Was gehen? Was gehen wir? So, wir spielen jetzt mal eine Runde, ne? Jo, und dann schauen wir mal So, by the way, dritte Aufnahme, mal da vorher mal reingeschissen in den Ton Ehrenhaft, aber muss So, warte mal Wollen wir Gyuki Kampf machen, also diesen, ist das der 8-schwänzige oder Riesenschlange? Lass mal 8-schwänzige 8-schwänzige, ne? Ah, absolut 8 So Let's go Ja, die machen auch ein bisschen Fail, ne? Die machen Konoha Gakure gegen 8-Kämpfen, warum? Weil, haben sie keine Fan Digga, das ist doch dein Ding VR-Train Das ist doch alles, was passiert ist Ja So, Digga, ein bisschen den Ey, der stand mich Digga Die Ninja ist so gut Ja Digga, gleich erstmal wieder die dicke Heimbombe drücken, ey Uff, ja, wieder Stun Digga, ich Mann Ich schlüpfe, ne? Dann ganz ecklich, richtig ecklich Hä, die machen schon Jutsus und so, hä? Die machen richtig eck Ja Oh Junge, ich dachte ich bin ausgewichen auf einmal Ich spring noch rein, belastend Warte, ich gebe ein Heimbombe но Lol, dein Heim kann doch durch Wände fahren Nein, Mann ist es Heim kann doch durch Wände fahren, Digga Ist was neues Eern, Busfahrer, gib ihm Heim Wund Junge, was geht hier ab, Digga, mit der Sense und Sense ist nichts anderes Mit was? Mit der Sense Achso, hast du Sensei? Sag mal. Ja. Und wo hast du die? Du siehst ganz fresh aus. Vielen Dank. Ein bisschen fett. Achso, wir müssen da hin. Die sind Ninjas. Konoha Ninjas. Die ganz anderen. Die sind abtrünniger Ninjas. Junge, dieser Typ wird Stunt, Digga. Komm her, dich hol dich als S. Reg mich schon ganz Zeit auf, man. Die. Ist noch ein wenig. Bolshot, high bomb. Jetzt, voll safe boss. anleitung füch er rastet aus Killerbeats ist zu heftig füch er will uns direkt geben er macht ernst er kriegt den hier man hey lol da stand Treffer und kein hit wie stark ist er wie stark ist er ich weiß nicht ich glaube ich muss kurz sterben gehen um andere zu lösen ich glaube fair kam es gut ging er ist weg tschüss tschüss das war ganz cool wenn das kommt musst du blocken L2 ne ja ich bin tot wir geben ein Ding ich bin weg ich glaube ich ne Laka wird es passiert ich muss erstmal sterben um irgendwas zu nehmen ja er ist aufgehauen ja er geht mir durch Bände und so ja er hittest dich auch er ist die Gäste das geile ist ja halt dass man echt oh er ist los los komm her er ist down du musst ihn geben komm komm oh er ist weg er ist weg hola mit Fernseher in Fernseher drin komm komm ich bin gleich totgeil sonst kann ich endlich wechseln wenn ich auch fern kann ja ich bin down die 6ester schmerzen pack und auf deinen Kopf drauf auf meinen rauf ich gebe den Kopf ganz heilig Schurken ja warum Schurken er geht mir hoch er geht mir die ganze Zeit so schwanzig mal Ja, Junge, hack doch, Digga, oh mein Gott, ich bin grad ganz heftig die Eimer ausgewegen, sonst wäre ich down. Ja, ich bin wieder down, Digga, er ist full OP, Mann. Ja, ich bin wieder down, Digga, wallbang, ich bin wieder down. Ja, es geht, es geht. So, Mann. Er ist wieder da, scheiße. Er ist back, okay, nice. Oh, ja, Junge. Er gibt den wallbang, im Augenwinkel hab ich gesehen. Mann. Ich hab ulti eingesammelt, du hast voll. Oh, nice, ich bin direkt in die Eimer. Boom, Digga. Back ist er, ey. Sehr gut. Ey, Digga, kannst mein Arsch. Hehehe, kannst mein Arsch. Ulti eingesammelt, direkt bei der Ulti. Hast du auch Ulti gemacht? Nein, hab ich nicht, leider. Meine Ulti war heftig, ne? Meine Ulti war heftig, ne? Meine Ulti war heftig, ne? Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Tschüss. Stell dich mal neben mich. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Squat bei Naruto. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren.